Wenn ich z.B. 50 Zombies bei mir hatte und ich noch mit unsichtbar bin, kommen die alle zu dir. Ja, dann weißt du, was hier los ist, ne? Ja, wieso? Wenn ich unsichtbar bin, renne ich denen hinterher und schieße. Wahnsinn. Wie viele hier kommen. Alter, was machst du da? Also irgendwie bug die Schrift. Ne, jetzt geht's. Sie muss mindestens auf Level 3 sein, dann schießt sie schnell. Da kommst du klar? Jojo, der Fall ist das eigentlich ganz cool. Der hat ein cooler und läuft von 15 Sekunden oder so, das geht aber. Oh, bei mir wird's haarig, ey. Das kann schon haarig, ey. Ich hab hier einen Krabber, den lass ich mal übrig. Gut, dass du nur einen Krabber hast. Oh, der Krabber ist tot. Die Falle aktiviert sich zwischenzeitlich von selber, merke ich gerade. Hast du noch einen übrig? Nur ein Krabber, ich weiß nicht, wie lange der noch lebt. Okay, dann guck ich mal schnell zum Waffen aufwerten. Ähm, ich auch. Schrubbwünter auf jeden Fall. Ich hab aber noch genug Geld. Dann kann ich die aufwenden, aber zack. Jetzt bin ich noch stärker. Du musst mehr Munition finden. Wieso gehst du zu dem Waffenaufwerte? Du hast doch bei dir in der Ecke da auch einen. Nee, 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 nee. Doch. Nur zwei. Ich hab da nur zwei Automaten für, äh, hier mit Druck habe ich nur zwei Stück. Hier, Digga. Hier, Digga, komm mit. Hier ist noch einer zum Aufwärmen. Genau hier, wo ich jetzt bin. Und das ist doch auch nah bei dir. Ja, nee, nee, nee. Das ist viel zu gefährlich, die Treppe hier runter. Okay, ich laufe mir mal entgegen. Hier ist so eine Wendetreppe runter. Achso, ja, ja, ich weiß. Ich töte den jetzt, ja? Warte, jetzt. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn ich da immer zwischendurch unsichtbar mache. Weil hier ist echt Harakiri, äh, hier ist echt übel. Jetzt ist der Stream gerade schnöne, nee, noch nicht stehen geblieben. Jetzt hakt er gerade. Äh, also bei mir läuft er jetzt gerade. Läuft er jetzt noch, oder was? Ja, jetzt läuft er wieder. Ey, wieso kommen mir bei mir nur so viele? Wahrscheinlich, weil die zu mir einen längeren Weg haben. Und hier kommen ja mal richtig viele, Digga. Du kannst ja auch alle mal zu mir beschicken, dann kann ich, äh, die Falle aktivieren. Ja, wenn ich zu viel habe, könnte ich auch mal zu dir laufen. Wenn viele sind, kannst du mir, musst du mir Bescheid sagen, weil dann, dann musst du sagen, kurz, wenn du da bist, dann starte ich die Falle. Äh, wie viel die hier kommen. Du bist ja noch nicht auf dem Weg zu mir, ne? Nö, ich kriege hier noch die ganze Interesse. Hier, sag. Was war das? Überschaden. Achso, wer sagt da was? Wenn du noch ein übrig hast, kannst du Bescheid sagen. Oh, okay. Oh, scheiße, war aber schon der Letzte. Da kommen noch eine ganze Horde. Oh, Hunde? Na, jetzt komm, machen wir mal die Falle hier an. Von den Jungen da reinlaufen, Alter. Also, ich komme mit den Hunden allein klar hier. Verdammter Hund! Das ist kein Problem, ja. Sollte zumindest nicht. Weg von dir! Weil ein Schuss auf einen Hund ist tot. Wenn ich ihn treffe. Ja, bleib tot! Was bringt das Gift von den dummen Hunden eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Und nach Quelle ist er hier. Ist die Hunde schon wieder zu Ende? Ist er nicht? Oh ja, schade. Wahnsinn. Ich wollte eigentlich gerade nur mal zum Waffenhaufwerten locken, aber... Das mache ich jetzt mal mal. Oh, 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 jetzt kommt... Oh! Dresche! Fast tot, fast tot. Falle, Falle, Falle. Falle ist gut, sehr gut. Ich habe hier einen Krabbler, den lasse ich mal lieben. Leben. Scheiße, mein Exo ist tot. Ah! Au! Boah, alter, Digga. Naja, falsch im Kreis. Komm, Baby. Oh! Leben noch welche? Ja, ne? So, jetzt laufe ich erstmal zur Aufwertungskiste. Es ist mir egal, wenn welche hinter mir sind. Einer ist hier noch. Einer ist hier noch. Einer ist hier noch. Ja, laufe. Ja, laufe doch. Ey, wer drischt mich denn hier? Zwei noch. Zwei noch. So, ich habe alles. Ey, ich werde mich gleich mindestens einmal unsichtbar machen. Und dann von hinten schießen, weil das hier ist so viel Party dann. Bei dir ist fast nix, ne? Kann das sein? Doch, gerade aber auch viel. Ja gut, aber du hast ja das Problem, du hast das Ding, du machst die Falle einmal an, die fallen sofort um. Wenn ich mich gleich einmal unsichtbar mache, werden ein paar mehr zu dir kommen. Sag mir mal, du die Falle an hast. Aber ich schieße trotzdem noch auf die nur von hinten an. Jaja, du musst mir das sagen kurz bevor du dir das machst, weil musst du die Falle dem Michael lassen. Naja. Überschaden. Ja, sehr gut. Du bist so. 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 Willst du noch mehr? Du bist so. Oh. Sag doch, dass der Hyperschaden weg ist. Ich habe Max Emoyale. Ja auch. Weil du nachhaben willst. Warte. Nimm mal ruhig. Ich mache mich unsichtbar, jetzt muss ich. Alles klar. Aber ich schieße trotzdem noch, keine Angst. Die laufen jetzt nur weg von mir. Ich renne trotzdem hinterher. Jetzt kriegst du Besuch, Alter. Aber es dauert nicht mehr lange, dann kommen sie auch wieder zu mir. Na, jetzt ist es vorbei. Schon wieder vorbei. Ich krieg so viel Dresche. Für mich nicht wundern, wenn ich gleich da umgehe. Jetzt geht das an. Ah. Wenn es geht. Ein? Mhm. Meiner ist gut. Okay. Ich lau mal zur Aufwertungskiste. Anscheinend ist ja nichts mehr los. Amelie ist jetzt auf Stufe 10. Oh, der mit seinem dummen Exo, ne? Das hat hoffentlich weh getan. So, wenn du willst, kannst du das machen. Wieder da. Okay. Oh, zur Not habe ich noch einen Müllschacht hier, wo ich entfliehen kann. Zur Not. Ich verstehe dich nicht. Du bist doch von der Firma. Bist du nicht wertvoll für dich? Scheiße. Kann sein, dass ich mir nochmal unsicher machen muss, gleich wenn das nicht passt. Sag da jetzt wieder zeitig Bescheid, ey. Ja, ja, sagst du soweit. Oh, hier kommen immer so viele, ey. Hast du kein Geschütz mehr oder sowas in der Art? Nee. Wir stecken so viel ein auf der Stufe schon. Oh, jetzt ist die Falle einmal aktiv, jetzt müsstest du ein bisschen warten. Okay. Hier steht ein Geschütz als Vorräte, kann ich mir mal jetzt nicht holen. Ah, ist gut. Okay, ist gut. Komm, 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 komm. Jetzt hat die Falle Kudo und dauert, Leute, noch ein bisschen. Ey, wieso werde ich denn weggedrängt? Na, komm, lauf. Krass, Alter. Ich habe gerade kein Exo, also jetzt würde ich es noch nicht machen. Wie, wer hat kein Exo? Ja, ich habe ja gerade Exo, äh, Schlag bekommen. Ey, die schießt schon wieder nicht schnell, die Waffe. Verstehe ich schon wieder nicht. Wieso schießt die nicht schnell? Hä? War der Knopf kaputt oder was? Ne, ich schießt wieder langsam. Oder nicht das, wenn man dann irgendein Zombie eintrifft oder so. Oh, der Backe. Die schießt nur noch langsamer. Dem schießt du noch schnell? Nein, 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 nein. Boah, knappe Geschichte. Ich habe hier einen Krabbler. Oh, ich habe keinen Krabbler mehr. Alle tot. Der Hyperschaden jetzt, Alter. Geht die Runde nun? Ich glaube, zum Automaten, um meine Waffe aufwerten. Ich glaube, der Hyperschaden ist. Ja, ist ja eh nichts mehr. Bist du fertig? Oh ne, du bist ja erst da. Ich muss ja jetzt Zorni. Ich muss aber zurücklaufen. Ich habe immer noch einen Geschütze und unsere Unsichtbarkeit. jetzt schießt auch wieder schnell so alles klar wenn der schützt ich will sich das geschützt hin stellen um auf dem bus oder was würde ich machen also unsichtbarkeit lasse ich mir auf jeden fall was zudauern gehen solltest ja ich versuche es mal aufzulassen oh gott infizierte ja da bin ich natürlich hier richtig am arsch ja 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 dann kommen zurück zurückzukommen aber warte mal ich mache die falle an schon direkt jetzt habe ich ja glücklich wieder langsam ist meine er zwei taste